Hallo, mein Name ist Alexander Rinke vom Weingut Rinke. Wir haben Lagen an der Obermosel und an der Saar, an der Saar in Wiltingen und in Oberemmel und an der Obermosel im Langsorab-Güderberg. Unsere Standorte sind Mertesdorf in einer alten Mühle und ein wunderschönes Restaurant mitten in der Stadt Trier, nämlich die Weingut. Wir sind ein Betrieb, der im Moment in Bioumstellung ist. Wir sind klein, wir haben knapp 5 Hektar und machen alles per Hand. Heute habe ich Ihnen einen ganz besonderen Sekt mitgebracht, der eigentlich unser Einstiegssekt ist. Das heißt, unser Einstiegssegment ist ein 100%iger Riesling-Sekt aus einer Lage aus dem Oberemmeler Altenberg, die etwa 50 Jahre alt ist. Ein typischer Saar-Sekt mit einer angenehmen, aber ausgeprägten Säure- und einem moderaten Alkoholgehalt von 11,5%. Viel Spaß beim Trinken!